Sie haben Ihre Therapie bereits einige Nächte genutzt. Nun möchten Sie einen Bericht erstellen, den Sie beispielsweise speichern oder an Ihren Betreuer weiterleiten können. Gehen Sie dazu auf dem Menüpunkt Historie. Drücken Sie dann oben das Berichtsymbol. Sie kommen nun auf den Bereich Bericht erstellen. Wählen Sie einen geeigneten Zeitraum, beispielsweise die letzten vier Wochen. Durch drücken auf Bericht speichern wird Ihr Bericht erstellt. Sie können diesen Therapiebericht dann speichern oder an Ihren Betreuer entsprechend weiterleiten. Im Therapiebericht sehen Sie Ihre Seriennummer, das Gerätes und die aktuelle Firmware. Außerdem erhalten Sie alle Therapieinformationen übersichtlich dargestellt. Weiterhin viel Spaß mit Prisma App. Das Gerätes und die aktuelle Firmware. Das Gerätes und die aktuelle Firmware.